Hallo und herzlich willkommen. Wir von sportbettenvergleich.net möchten euch heute die Mobile App von Tipigo vorstellen und euch zeigen, wie einfach es ist, quasi von überall aus, egal ob ihr unterwegs seid oder aber von zu Hause aus, mit eurem Smartphone oder eurem Tablet, das Angebot des Buchmachers zu nutzen. Aus diesem Grund habe ich mich bereits im Vorfeld über eine sichere Internetverbindung, was ihr daran erkennen könnt, dass in der Adresszeile das Kürzel HTTPS zu finden ist, in mein bereits bestehendes Konto eingeloggt. Dass ich mich bereits tatsächlich erfolgreich in mein Konto eingeloggt habe, erkennen wir auch daran, wenn wir einen Blick auf die schwarze Statusleiste ganz unten werfen, denn hier wird mir unter anderem auch mein aktuelles Wettguthaben von derzeit 20 Euro über dem Reiter Konto angezeigt. Außerdem könnt ihr mithilfe der Statusleiste jederzeit zurück auf die Startseite kehren, indem ihr den Homebutton klickt oder aber ihr könnt in den Wettenbereich wechseln, ihr könnt euch eine Übersicht über eure getätigten Wetten aufrufen oder den aktuellen Wettschein aufrufen, der in unserem Fall jetzt natürlich noch keine Wette beinhaltet, da wir ja noch keine ausgewählt haben. Ich persönlich möchte euch nun aber zu Beginn den Einzahlungsbereich kurz zeigen. Der verbirgt sich unter dem Reiter Konto, wo mir auch mein aktuelles Wettguthaben angezeigt wird. Deshalb klicke ich zunächst mal auf den entsprechenden Button und in dem Auswahlmenü hier habt ihr dann zunächst die Möglichkeit, euch einen Kontoauszug aufzurufen. Ihr könnt aber auch in den Einzahlung- oder Auszahlungsbereich wechseln. Ihr könnt euch persönliche Limits setzen oder aber euer Konto sperren bzw. euch von diesem abmelden. Da ich euch, wie gesagt, den Einzahlungsbereich nun zunächst zeigen möchte, wähle ich den entsprechenden Button aus und hier habt ihr dann die Möglichkeit, zunächst den von euch gewünschten Einzahlungsbetrag ganz oben festzulegen und im Anschluss daran dann ein gewünschtes Zahlungsmittel, wie zum Beispiel die Option Sofortüberweisung, Skrill, Netteler, Visa Card oder Mastercard oder einige andere auszuwählen und schlussendlich dann durch Klicken des Buttons Einzahlung einleiten, die Einzahlung dann auch vorzunehmen. Da ich allerdings noch über ausreichend Guthaben auf meinem Konto verfüge, werde ich nun keine Einzahlung vornehmen, sondern ich möchte euch vielmehr noch zeigen, wie man sich auf die Suche nach einer geeigneten Wette begeben kann. Nutze deshalb erneut unten die schwarze Statusleiste und klicke dort auf den Fußball, um in den sogenannten Wettenbereich zu wechseln. Und da ich euch heute zeigen möchte, wie man auf ein Spiel der ersten Fußball-Bundesliga wettet, wähle ich aus der sich nun öffnenden Kategorieleiste, in der euch alle Sportarten angezeigt werden, zu denen Wetten angeboten werden, eben die entsprechende Kategorie Fußball aus. Ich klicke dann noch auf Deutschland und die erste Bundesliga und lasse mir dann die entsprechenden Spiele anzeigen. Ja, diese werden mir nun hier sehr übersichtlich aufgelistet und ich habe dann die Möglichkeit, mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen, zum Beispiel hier VfB Stuttgart gegen SC Paderborn. Hier habe ich die Möglichkeit, auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder aber auf einen Auswärtssieg zu wetten. Oder aber ich kann mir Zusatzwetten aufrufen, indem ich direkt auf die Partie klicke oder die kleine Zahl am Ende jeder Paarung. Auch das möchte ich euch kurz demonstrieren. Und hier bekommt ihr dann verschiedenste Wetten angeboten, wie zum Beispiel Handicap-Wetten, Über-Unter-Wetten. Ihr könnt darauf wetten, ob zum Beispiel Martin Harnik ein Tor erzielt und vieles, vieles mehr. Ich persönlich entscheide mich jetzt jedoch für einen Heimsieg des VfB Stuttgart, gehe deshalb zurück ganz nach hier oben und wähle das entsprechende Spielereignis hier aus. Ja, und wir können jetzt nochmal einen Blick auf die Statusleiste ganz unten werfen, denn wie ihr sehen werdet, wurde unser Wettschein aktualisiert. Hier erscheint nun eine kleine Eins und diese Eins repräsentiert eben genau unser ausgewähltes Spiel, beziehungsweise unsere ausgewählte Wette, nämlich den Heimsieg des VfB Stuttgart. Wir können den Wettschein natürlich auch aufrufen, indem wir auf den Button klicken. Und hier habt ihr zunächst die Möglichkeit, euren Wetteinsatz festzulegen. Die voreingestellten 5 Euro ändere ich nun mal ab auf 4 Euro. Und den Wettschein abgeben kann ich dann durch Klicken des Buttons Wette abgeben. Es dauert dann nicht mal eine Sekunde, uns wird viel Glück gewünscht und der Wettschein wurde angenommen. Wie ihr seht, ist es auch mit der Mobile App kinderleicht eine Wette bei Tipico zu platzieren. Alles in allem eine runde Sache. Alle Funktionen, die man zur mobilen Wettabgabe benötigt, sind in der Mobile App vorhanden. Ich persönlich finde, ihr solltet sie einfach mal selbst ausprobieren und wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei.